1948 entstanden die Menschenrechte mit dem Ziel, dass sich alle Völker vereint und die gleichen Werte haben. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Also bedeuten die Menschenrechte, dass jeder von Geburt an gleich viel Wert ist und die gleichen Rechte hat, und zwar ohne Ausnahmen und ohne Unterschiede. Am 10.12.2020 findet der Tag der Menschenrechte statt und zu diesem Tag wollen auch wir am Gymnasium Georgianum ein deutliches Zeichen gegen den Hass setzen. Hierfür bitten wir alle Jahrgänge, Bilder oder Fotografien anzufertigen, damit wir Georgianer die Bedeutsamkeit der Menschenrechte und die Gleichheit aller Menschen, die stets das Wichtigste bleibt, jedem nochmal vor Augen führen. Ihr wollt uns helfen, ein Zeichen zu setzen? Dann gebt eure Zeichnungen einfach im Sekretariat ab oder schickt eure Fotografien an Frau Reinefeld.